Blizzard Entertainment Die ehemaligen Agenten von Overwatch Hier ist Winston Wer auch sonst Vor 30 Jahren Begann der Aufstand der Omnix Die Nationen der Welt sahen keinen Ausweg Bis sie sich an eine kleine Gruppe von Helden wandten Overwatch wurde ins Leben gerufen um die Menschheit aus der Omnix-Krise zu befreien Für sie wurden wir zu nie da gewesen Champions des Friedens und Fortschritts Ihr wurdet gerufen Weil ihr Kräfte und Fähigkeiten besitzt Sieh euch zu Ihr kamt, weil ihr Warum erzähl ich euch das? Okay Die Menschen dachten, dass sie besser ohne uns dran wären Sie schimpften uns Kriminelle Sie entzweiten sogar unsere Familie Aber seht euch um Jemand muss etwas tun Wir müssen etwas tun Wir können wieder etwas bewirken Die Welt versinkt im Chaos Und braucht Helden Seid ihr dabei? Die Welt versinkt im Chaos Und zwar zu Let's Play Overwatch Ganz neu ist es nicht Denn die Beta haben wir uns bereits angeguckt Und da haben wir auch schon alle Helden Die es in diesem Spiel gibt gezeigt Und auch schon das grundsätzliche Spielprinzip So ein bisschen angeschaut Das heißt, wenn ihr das alles noch nicht kennt Dann würde ich euch empfehlen Auf jeden Fall die ersten Parts anzugucken Und das werden wir jetzt natürlich Nicht nochmal alles machen Wir können jetzt einfach mal Direkt rein starten Ich habe eben schon einen Part aufgenommen Hab dann allerdings gemerkt Dass mein Mikrofon mega übersteuert ist Und muss deswegen nochmal neu aufnehmen Deswegen ja Das ist jetzt der offiziell erste Part Der Vollversion Deswegen bin ich auch schon Stufe 2 Und habe eine Lootbox erhalten Leider ist mir im ersten Part schon aufgefallen Dass sehr, 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 sehr viele Leute Leider sehr krass auf KD, beziehungsweise auf Kills gehen Und fast keiner sich um das Objective gekümmert hat Also das Objective stand da vollkommen allein Man hätte es pushen können Ich war Healer und kein Tank Und alle sind einfach nur auf die Gegner zugestürmt Um die zu killen Beziehungsweise sind in Richtung deren Base gerannt Also keiner hat das blöde Objective gekümmert Ich hoffe das ändert sich noch ein bisschen Wenn die Leute sich ein bisschen mit dem Spiel auskennen Und dort sind unsere ersten Lootboxen Nicht wirklich viel drin Drei Sprüche und eine Siegerpose Das kann besser laufen Egal, spiel mal ein bisschen Und es gibt die Spielmodi Schnellsuche gegen die KI Benutzer definiert Und Arcade Was Arcade ist, habe ich noch keine Ahnung Werden wir uns aber sicherlich auch mal angucken Wir starten jetzt erstmal mit der normalen Schnellsuche Und die Spielersuche Ging zumindest eben im ersten Part unfassbar schnell Ich glaube ich habe zwei Sekunden gesucht Jetzt natürlich in der richtigen Aufnahme Wenn es dann hoffentlich hinhaut Natürlich mal wieder nicht Aber na, was soll auch passieren Wir können während des Wartens stöbern Aber so lange wartet man nicht Es lohnt sich also gar nicht wirklich Wir spielen unsere erste richtige Runde Jetzt die erste aufgenommene Runde In der Vollversion in Hollywood Wir haben wenig defensive Helden Das heißt, wir sollten etwas Defensives nehmen Und ich nehme mal jemanden, dem ich In der Beta nicht so gut klargekommen bin Der allerdings ziemlich gut sein soll Nämlich Winston Also los geht's Wie gesagt, das Team spielt Zumindest war es eben so Relativ krass auf Kate Und überhaupt nicht auf Objective Und ich hoffe, das ändert sich jetzt ein bisschen Deswegen habe ich jetzt auch einen defensiven Helden genommen Auch wenn unser Team gar keinen hatte Natürlich sind wir jetzt Verteidiger Aber egal Healer und Verteidiger waren eben in unserem Team Nicht auch überhaupt nicht vorhanden Deswegen musste ich eben noch einen Healer spielen Jetzt haben wir zumindest einen Healer Der habe ich übrigens auch gespielt Eben mit Mercy Ja, finde ich sehr schade Aber es ist vielleicht auch einfach so eine Krankheit Die jetzt ganz am Anfang des Spiels noch da ist Das wird sich sicherlich, wenn die Leute Ein bisschen mehr Erfahrung haben und so weiter und so fort Dann auch legen Hoffe ich zumindest Was konnten wir denn nochmal? Wir konnten springen Wir konnten ein Schutzschild machen Wir konnten unseren Elektro-Dingens hier machen Und unsere ultimative Fähigkeit war Wir konnten nicht mehr schießen Sondern auch schlagen Haben dafür aber wesentlich mehr ausgehalten Und waren ein bisschen schneller, glaube ich sogar Sprayen wir hier mal ein bisschen hin Hier haben wir noch keinen anderen Sprays freigeschaltet Wir hatten ja in der Beta das Glück Gleich in der ersten Lootboxen Legendary Skin drin zu haben Das Glück haben wir diesmal nicht So Dann warten wir mal Ah, wir haben doch noch einen zweiten Tank Sehr gut Jetzt haben wir sogar fast ein bisschen zu wenig Damage-Healer, oder? Wenn wir zwei Tanks und einen Healer haben Obwohl, das ist eigentlich ganz okay Sehr gut, wir haben ein bisschen Damage draufgehauen auf den Typen Das ist nicht so gut Stirb! Jawohl! Das war doch schon mal super Aber der Rest ist nicht so super Unser Team scheint nicht ganz so gut dran zu sein Verdammt! Oh, der hat gleich Der hat jetzt schon ein Skin für den Reaper Interessant Damit hat er dann natürlich auch direkt erledigt Schade Ich kenne mich in den Maps aber noch nicht so wirklich aus Ich weiß auch nicht, wo Yelpacks und so weiter sind Das wird wahrscheinlich auch alles von hier vorne wäre ein gutes gewesen Na, wir haben ihn auch selber einen mitgenommen Ich komme! Dieser blöde Drecks-Reaver, ne? Und das kann nicht wahr sein Da erwischt er uns auch noch voll Okay, wir wurden wiederbelebt Sehr gut Okay Gehäufe, den zu eliminieren schon mal Unser Healer ist down, ne? Das ist nicht so gut Oh, ne, unser Healer ist hier Hier, heimlich! Heimlich! Healer! Nicht die ganze Zeit ver- Hier, Healer! Sehr gut Okay, dort ist der Reaper Wir können unsere ultimativen Fähigkeiten benutzen Healer! Hier, ich möchte gehalten Danke Schade Nein! Den hätte ich sogar fast noch gekriegt, okay Ich habe nicht darauf geachtet, wie lange das Ding hält Aber wie gesagt Ich bin ja auch Hat der unsere da noch gekillt Obwohl ich den auf 9% runter hatte Kurzzeitig Das kann nicht sein Ah Okay, ja, wie gesagt Ich muss wieder noch ein bisschen reinarbeiten Ich habe nicht darauf geachtet, wie lange meine Dovo-Ulti da hält Ich habe das Spiel ja auch bislang vielleicht 30 Runden oder so gespielt Nein, 30 Runden ist schon übertrieben 20 vielleicht Also ich habe auf jeden Fall jeden Helden einmal gezeigt, habe der gesehen und privat vielleicht nochmal zum Runden gespielt Ja Sehr gut Na, okay Die Tracer ist mit einem Hit da und macht sie Oh, dieser blöde Reeper macht uns voll Platz Greife wieder an Okay Das Ding erstmal verteidigt Aber es nimmt nicht ab Doch jetzt sind sie da Sehr gut Noch eine Minute, Leute Na, okay Ich bin da zu offensiv, Mann Ich denke, wenn ich meine Ulti zünde, kann ich alles tun Aber Einfach in vier Leute reinspringen ist ja vielleicht doch nicht so praktisch Vor allem habe ich die ganze Zeit voll auf den drauf gehauen Und der hat immer noch 100% Leben Obwohl ich habe mehr auf den Besten gehauen Das Problem ist, jetzt sind alle von uns tot Und die schaffen es vielleicht sogar den Punkt zu erobern Das bringt ihnen dann voll viel extra Time Nein, mitgenommen Vielleicht habe ich ein bisschen Zeit rausholen können Aber nein, unser Team kommt jetzt erst Obwohl Noch ist es nicht verloren Einer rein da Einer rein da Nein, nicht die Na gut, da waren leider auch nur Fernkämpfer mit dabei Glaube ich zumindest Ich kann die Situation jetzt nicht so schlecht beurteilen Es kam mir ein bisschen so vor, als wenn die alle wieder Angst hätten Um ihre KD, weil sie sterben könnten Und sich deswegen wieder zu wenig ums Objektiv gekümmert haben Aber das kann auch nur ein Gefühl gewesen sein Das Problem ist, wir hätten es fast geschafft Healer, 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 healer Heil mich doch Ah Okay Danke What the f... Ich habe eben auf mein Leben geguckt 200 Ja, alles klar Der hat schon 6 Mal auf mich geschossen 200 Leben Hältst sie locker aus und plötzlich tot Okay Hilfe Okay, ich brauche irgendwoher Leben mal wieder Jetzt waren wir noch an, uns platt zu machen Ich komme nach wie vor mit Winston nicht so gut klar, leider Das ist eure gerechte Strafe Nein Oh Gott Nein Ah, schade Ich kann Immerhin habe ich das nicht vollkommen sinnlos da verschwendet Jetzt wird's massiv Aber merkt doch am Gegnerteam wieder Die spielen einfach alle offensiv Die haben keinen Tank Die haben einen einzigen Healer Und das auch noch den offensivsten der Healer Ansonsten spielen die einfach alle voll draufhauen Alles offensiv Hat in der Beta Hat in der Beta, wo erfahrenere Spieler dabei waren Sehr, sehr oft Zu Problemen geführt Das ist nicht gut Das soll nicht da sein Mach weg Ah Nicht gut What Ich hab doch gerade das Schild gemacht Und die konnte ich dir schon wieder gewonnen Ich verstehe es manchmal nicht Ja, natürlich Ich bin zwei Sekunden am Leben Und ich bin schon wieder von 500 live down Also diese nur offensive Helden-Taktik Funktioniert irgendwie erstaunlich gut Was mir gar nicht gefällt Fuck, das Ding hat mir zu viel aus Und das war's Verloren Ja, da haben die uns ganz schön platt gemacht Da hatten wir ja fast gar keine Chance Also das sind nur offensive Helden in dem Ding Der offensivste Healer Der offensivste Geschütztyp Und nur offensiv ansonsten Kein Tank, nichts Und damit haben die uns einfach komplett platt gemacht Die Stunde hat geschlagen Ah, da hat sich unser Schild gemacht Da konnte er die schon anvisieren Das war eigentlich ganz gut So, hat erstmal unser komplettes Team Die eine bewertet Macht schon mal Sinn Und ein Gegner sogar auch noch Ja, ansonsten Wie gesagt Ich kam mit Winston in der Beta schon nicht so gut klar Und jetzt leider auch nicht Aber naja Dafür, dass es meine erste Runde In der Feuerwehr so mit ihm war War das natürlich auch eine gute Bestleistung Äh, dann sage ich trotzdem Wie soll ich auf jeden Fall Ich hoffe, ihr habt Spaß Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein Bis dann Und auf Wiedersehen Bis dann Bis dann